aber vielleicht ein Fehler hier hinzugehen was guckst du so, Philipp? Mann, jetzt sterbe ich wieder wegen der Kack Scheiße, Mann, hast du was zu essen? Irgendwas zu essen? Ja, äh... Hier oben... Das sind wieder steigend, das sind wieder steigend drin Ne Okay Oh, danke, Mann Ich muss erstmal kurz mein Leben voll aufladen Okay, Philipp, wir haben die Spinnenspawner besiegt Ja, ohne mich Ohne mich... Der ist nicht ganz ausgeleuchtet Welche? Der unten Der unten Der, hey, du musst du einfach nur einen Facken draufsetzen Ja Im Umkreis von drei Blüten kann man nur spawnen Das ist der Akkurs, das ist eines Sporners Dieser Spinnzeug und... Du bist jetzt doch für Slime So, wir haben Paare noch irgendwo eingesperrt Hast du alles? Dina, ja, ich habe jetzt noch nicht gesehen Da sind noch drei Spinnen, ganz viele Ja, 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 ich habe jetzt vier mal vier Ne, ne, fünfmal 64 Also, ich muss so reichen für den Anfang Ja Ja Man, 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 den sechsten ist noch viel Es sind noch mehr als vier Ein, das ist vorne durchgebracht Die Assozialistie ist Ben noch Ja, ich wollte ihn gerade ausfragen, deswegen Ich bin fast tot Oh mein Gott Ist was Warte, lass mir mal schnell hier das abwauen Von Eisen kann man nicht genug haben, ne? Genau, weil ich es brauche Ja Ich habe irgendein komisches Schwert, hier so ein Eisenschwert, was fast kaputt ist, werde ich weg, ey Also, diese Schleimwolle, wollen sie irgendwo da sein Ja, ich sehe den Ich habe den, äh, die Schleim ist getötet Und, äh, was hat der getroppt? Äh, zwei Schleimwolle Gib dir mal bitte her Wie viele Steine mit denjenigen noch gibt Leitwolle, zwei Schleimwolle, bitte Warte mal, hier ist eine Kriste, aber auch das in Goldbarren und Kohle drin, geil Da kann ich den anderen Rest gleich alles nehmen Mach alles Rinder, solange es ist, dann warte ich bis es hell wird irgendwann mal Da Und die Türme schnell zu Wollen wir den Wagen da abwauen? Ne Da vorne ist der erste, da hinten ist das Skeletten mit einem Powerproben Ja, das ist ja unsere Superhöhle Also, das ist so, dass hier so ein bisschen safe da Dahinten kommt man dann auch irgendwo wieder raus Hier ist ein bisschen dunkel irgendwie, ne? Ging der unten irgendwie, wie was? Leute, da geht's, da geht's raus nach oben Schau mal nach oben Was denn das ist, ist es Diamant? Mensch, Philipp Das sind Diamanten mal wieder gefunden nach langer Zeit Keine Ahnung, was es war Ne, es war nichts, das sah aber voll so aus Ach ne, das ist das Licht Wo kommt denn das Licht? Immer noch nicht hell Oh! Ich hab' schon gewundert, wie hier Diamanten sein können Oh fuck, sorry Äh, komm hier runter Wer? Ja Ich will Nein, ich tu Lexado, ich will das abbauen Meins Doppelbett habe ich sehr viel Ich sag mir, Eisen 7x64 Reicht Ach Das kann Sonnenaufgang war, ich war euch noch ganz kurz 7x64 was, Tobi Ey, Janik, schaut aus Keine Nein Ich ko piùまず Ja, ich weiß Das Ausgang pc�� Ω lại Du bist der Dödel Ach Menschen azura Ach Mensch Du bist Da bist du lang hus間 Eisen Komm Tobi raus mit dir Wobobobobobobobobobob Mann! Ich hab hier gar nie den Boden drauf Das Bew Trends Man, weiter Mann Ey, wir hier einfach eiskalt den Boden ein klauen schon wieder ausleiben. So, dann kannst du nachts schlafen, los, raus. Nein, ich bin in die Falle reingetopft. Das ist froh, dass sie das nicht büßt, dass sie diese Dräht und sich immer hier runter. Flixado, aber gib mir vorher deine Rohstoffe. Am besten fällt es da in die Lava. Man kann sogar nicht schaden. Warte, komm, ich schubst dich. Weiler. Hab ich mit Philipp gemacht, den hab ich in die anderen Schlucht gewünscht worden. Wie kann ich ihn am besten töten? Indem du ganz langsam ihn schlägst, wenn du zurückgehst. Kannst du einfach wegrennen oder hinrennen, ihn explodieren lassen und dann wegrennen. Ich will einfach den Angst haben, es passt schon drauf. Oh Gott, da war es boom gemacht. Boom ist so boom gemacht. Oh, Wasserquelle. Weißt du dich da jetzt raus? Auch Fälle waren ein bisschen bumm gemacht hier. Meine doch haben groben, wir sind nur ein Türken. Was wir mal so offen hier. Haben so eine kleine Wassergefälle, ist auch schön. Hey, hier sind noch eine Höhle. So, letzt, äh, wie sollst du die bauen, soll ich denn da so ein bisschen gründlich? Wo ich an diesen vier Eck, an diesen vier Ecktürmen da. Ja. Mir egal. Was meint ihr? Du brauchst einfach. Sag doch mal rund oder vier Eck. Mann, du musstest so rund dreieckig. Dreieckig? Wenn du fragst, dann mal dreieckig. Grapezwürdig. Parallelogramm. Ja, parallelogramm, so cool. Einmal vier. Irgendwie endet die Höhle nicht, du. Oh. Blöder Blume hier weg da. Doch hier ist das Ende. Dum dum dum. Bestimmt ist da oben schon Land, also man käme hier auch raus, ne? Ich habe wo du auch immer bist. Hey. Du da, wo bist du hin? Bist du denn? Wow. Das ist explodiert. Das war der Creeper. Eben draußen. Ey, das ist Martin Philipp. Ey, das ist der Gold. Gold? Gold. Bis ins Haus. Wo musst du denn es auch, wo? Noll. Ah, da hinten. Mensch, es sei jetzt Gold oder es ist Eisen. Ich kann es immer noch nicht unterscheiden, ey. Das sind nicht mal nah und frisch. No, nah und frisch. No, nah und frisch. Wenn man jetzt mit jemandem sagen, ob es da Gold oder Eis ist, das Eisen war. Hab die Eisen sind für mich. Ja, ganz viel. Du, Dödel, Lidder Stone. Stone Briggs sagt viel schöner. Bist du? Hier ist Stone. Einmal steiner, die deutsche Version. Du musst ihn das in Deutschland erkennst. Griiiiiihihi. Ha. Schau, es schaut nicht viel schöner aus. Warte, was ist das für eine verfickte, dunkle Höhle. dann machen wir genauer und nein da ist eine spinne ich hasse spinnen was macht denn die spinne stirbt alle die giften hat mich nicht vergiftet wir sind ein reisender warte ich habe uns was geben und 50 eisenerz die viele kommen und 22 eisen für die wir nicht zu ihnen was denn es gibt es wenn es immer nach oben augen p er hat eine neue Höhle und er meinte die anderen Felsen besser denn die der Kummer sind so er hat so wie sind sie aber wie das ist ja mal gemacht Bord wie ich weiß nicht hätte er gemacht es war einfach zu viel Sturie stelle du bist so wie er Kraft im Tegler ordnen aber nur vier die dann kannst du es nämlich auch in der in der in der in der in der in der in nicht dann sei es nicht mehr aufheben okay schon kapiert auch Tobi nicht auf den Sand weg ich mache euch immer selber gerade welche ich habe jetzt ein Eisenerz-Stack voll ich habe wieder nur... oh man da geht es noch weiter ich habe 64 so eine Dinger ach da muss ich alles ja weg machen, geil ah der Turm wird ein bisschen in Anspruch nehmen ich brauche immer noch Eisen ja hier ich bin irgendwo in der Nähe der Oberfläche kann schon die frische Luft riechen also eigentlich nicht weil ich bin schon wieder in einer Höhle aber oh da ist Lava oder sowas ach ach da ist eine andere Höhle das ist ja schön ich finde meine eigenen Höhlen wieder ich laufe im Kreis du hast schon sehr sehr viele Höhlen gefunden ja ich hoffe es ja nicht mal mehr zu euch zu kommen ich immer mehr Eisen finde und jetzt weiß ich nicht mehr wo ich bin ich brauche Eisen ja hier aber warte da will ich nicht runterfallen ach du Scheiße geschickt für dich wüsste... Scheiße mal ich habe mich verlaufen hier ist Lava schon mal etwas ich habe mich verlaufen wer hat denn hier die Fackeln gesetzt ah hier Alter ich bin wieder dort wo wir ins Wasser gekommen sind Philipp da bin ich gerade wieder rausgekommen schön bin irgendwie die ganze Zeit nur im Kreis gelaufen keine Ahnung mehr komm mal zum Haus zurück kann ja hier hochschwimmen ne das Gelände da oben ist es so es schwierig man muss ja ja ich habe einen Bogen und Pfeil weiter hat jemand meine Pfeile eigentlich aus meiner Kiste genommen nein die sind noch drin lass dir mal bitte da drin also das geht jetzt an Blexardo ne der hat ja einen Bogen ich versuche mal das Haus zu finden ich weiß nicht wo ich bin ich bin irgendwo auf unserer Insel jetzt am Ende der Insel irgendwo habe ich eine Axt dabei? ne ich habe nur sinnlose Schwerter und Fackeln und ganz viele Knochen und so aber keine Axt schade also da wo das LP ah ich sehe das LPT das ist so groß das findet man immer wieder das hat sich ja gelohnt zu groß zu bauen ja wie gesagt die müsste es größer und das sieht man auf der ganzen Innensege wo man ist der Turm sagt größer sein mein Freund oh man oh oh fuck 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 Enderman oh man da alter soll ich den angreifen? ah ich bin ein großer Enderman Hilfe der hat sich in meine Nähe gespawnt ok jetzt töte ich ihn so ist das so richtig Tobi ach komm warte mein Freund man das bohrt sich immer weg kann ja wunderbar ich hier lang bau das trippelt ok ich ich tötel ihn noch nicht kannst du in der wenn du schönes machen oh Entschuldigung hey der Stone sieht gut aus ja kannst du mir mal Eisen geben ich habe nur Eisen ach so doch warte ich habe was wie viel Eisen brauchst du gib einfach mal was hast du denn das habe ich an Eisen 10 Jahre hier ich habe nur 2 oder knapp 2 6 ey das sieht gut aus warum macht hier jetzt so einen Riesenturm nur der eine oder was ja oh schöner Garten also auch wenn es nur ein Baum ist aber warum ist hier ein Loch mit dem ach egal ich frag gar nicht er духte Kuh weit rum es wird ein Mittag freier Große Honore lang tortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortortmetöten sowidian Kinder wundervoll motion Ja, aber ich wollte das Leder auch haben, weil ich habe Spinnenaugen, so. Da kannst du Spinnenaugen haben. Brauch ich nicht. Wir müssen gucken, wo der Eingang ist, denn vom Tower. Wo machen wir den Eingang, Philipp? Oh, wir hätten hier so viele Backöfen gebaut. So, warte, wie funktioniert so ein Amboss? Erklär mir das mal bitte. Leute? Ja. Wie das funktioniert? Wie funktioniert der Amboss? Du tust links und rechts was, und rechts kommt das Ergebnis raus. Ja, hier ist dann der Eingang. Was tue ich links und rechts? Was wird denn da verbunden? Was willst du denn machen? Ja, ich kann nicht einfach Minecraft-Wiki gehen. Ich dachte, man kann damit Sachen reparieren. Du kannst damit Sachen reparieren, ja. Du musst zwei gleiche Sachen? Aber ich habe nur einen Bogen. Ja, dann geht's nicht. Du musst zwei Bögen. Oh, hat jemand einen Bogen? Schusssicherheit. 6, also du kannst mal deinen Bogen nehmen. Und 20. Benutzt du einfach an Bogen-Craften, der würde nennen. Hast du bei dem Bogen, äh, Level drauf? Also eine Verzauberung. Stärke 1. Ja, mach das bei einem zweiten Bogen auch und kombinier die beiden dann. Ich weiß nicht mehr, wie man einen Bogen baut, aber ich denke, das war so irgendwie. Ne, warte. Waren es drei Stöcker, vier Stöcker? Was braucht man für einen Bogen nochmal? Eine Frage, wer hat sie die Karotten-Nummer? Bobi, glaube ich. Wir können die Karotten. Bobi hat eine Karotten. Könnt ihr mir mal sagen, wie ich einen Bogen nochmal bauere? Was braucht man für einen Bogen? Stick? Na, es ist Stöcker und Fäden. Und das habe ich beides, aber ich weiß nicht mehr, wie man zusammenbaut. Ich glaube, links die Stöcke und dann in so einem Dreieck die Fäden. Hab ich nicht auch mal Fäden gehabt? Hä? Das ist eine Angel. Ne, so ist eine Angel. Irgendwie so gewesen, oder? Das ist auch keine Angel. Hä? Keine Angst, Baumann schreitet zur Tat. Okay, ich kann keinen Bogen bauern, ich habe keine Ahnung mehr. So. Wie bei euch ein Bogen? Sag mal. Röchte Glastüren, habt ihr mal Glastüren? Glastüren, das gibt's gar nicht. Da, Bogen. Deine Glastüren, was das für ein Beschiss? Ey, du sollst einfach sagen, ich kann nichts aufheben, ich bin voll. Ja, dann schmeiß uns weg, zum Beispiel Eisen, die nimm's gern. Ne, ich hab kein Ding mehr. Das ist der Bogen. Das wüsste ich auch gern. Lexardo, erklär mal genau, wie du den Bogen jetzt gebaut hast. Äh, wenn du den ganzen Fernsehen? Ach, ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Die Fäden, die Fäden ganz rechts und die Sticks oben in der Mitte links. Link, wo? Oberstzeiten, Obersterei in der Mitte. Mittlere Zeile links und du das Zeile in der Mitte. Dann hast du einen Bogen. Ach so, okay, ja, jetzt hab ich's. Aber ich brauch ja kein mehr, die hat mir eingebaut. Ey, nicht in meine Kiste gucken. Würde ja gern mein Zeug reintun, aber irgendwie trau ich euch nicht. Und warum nicht? So, wie willst du das mit dem Ambus machen? Mann, dann mach ich jetzt meine beiden Bögen rein. Und dann kommt ein Bogenstärke 2 raus. Erfahrungskosten 8? Ja. Hab ich doch aber nicht. Doch, ich bin 9. Also, ich brauch nur 4. Jetzt könnten wir uns quasi noch einen Bogen 3 craften. Also, ich hab jetzt einen Bogen 2. Ich hab auch einen Bogen 2. Und aus dem könnten wir dann einen Bogen 3 machen. Jetzt verstehe ich das System. Ich kipps Black. Okay, gut. So, und ich habe dafür jetzt auch 27 Pfeile. So, die 4 fucking tue ich bis zu meinen neuen fucking. Hat jemand einen Stack meiner fucking geklaut? Nein. Ach nee, hier ist der, okay. Immer auf die. Muss meine Kiste... Was? Immer auf die anderen schieben. Ja. Das ist immer das Erste, was man tut. So, jetzt hab ich hier 74 Eisenerz. Oh ja, genau, Creeper bei den Twin Towers, und passt, ja, ey. Ne, danke, ich bin wer drin, ich bin wer drin. Ist drausend nach dem, oder was? Ja. Okay. Also jetzt mit dem Ambus verstanden? Ja, ich hab's schon verstanden. Also, es ist zur Verbesserung, so gesagt. Ich hab übrigens 25 Knochen für dein Feld. Perfekt. So, ich hab nur noch einen Brot. Na? Tschüss. Jetzt kommt gleich wieder dieser coole Ton. They left the game. User disconnected from your channel. Ja, das meinte ich, User disconnected from your channel. Dum, dum, dum. Ich brauche Kohle, Kohle, ich hab keine Kohle. Was mit Black Sabbath jetzt auf einmal? Sehr gut geschrieben. Ich hab mal deine Kohle geklaut, ja? Philipp? Was? Deine Kiste, ich brauch bloß, 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 ich hab's gesehen und dann geschrieben. Äh, dass er auf muss und bis irgendwann mal. Alles klar. So, ich tu die Kohle wieder an deine Kiste, Philipp. Ja, passt. So, jetzt warten wir hier mal schnell. So. So, schnell gehen. Dann rüste ich gleich noch mein Fleisch hier. Und das Ganze mit dem Ambus kannst du mit Schwertern genauso machen? Ja. Gibst du mir dein Diamantschwert? Ja, das bringt ja nix. Ich hab nur Bahn 1 drauf. Da muss ich, da muss ich garke drauf sein. Ach, ich hab Schärfe 1. Stimmt ja, du hast ja was anderes drauf. Ja. Diamantspitzhack hab ich Effizienz 1. Ich hab auch Effizienz 1. Das könnte man zum Beispiel machen. Du hast doch, wie viel, ähm, Level hast du? Was Level? Level, ich hab Levels. Ich hab nur noch zwei, ich hab nur zwei Levels. Dann gib mal kurz, gib mal kurz. Dann kann ich es ja ganz kurz mal versuchen. Oh, 17. Oh, ne, funktioniert nicht. Dann gib mir mal wieder. 17 ist mir zu viel. Ey, wie, welches Level bist du denn? 7. Achso. Aber meine, aber... Ich glaube, du bist 20 und willst sie nicht opfern oder so. Nee, aber, äh, Effizienz 2 wäre rausgekommen und, äh, ja, gut, meine Spezialgeschichte ist schon halb kaputt. Das kostet dann immer mehr Erfahrungskosten, quasi. Ja, gut, bei mir war der eine Bogen auch so gut wie strotter, deswegen hab ich dafür 8 bezahlt. Ja, ich musste nur 4 bezahlen, siehse. Hm. Ja, ich könnte mir auch ganz viele Bogen craften, weil ich hab so viele Fäden jetzt. Ich hab noch 5 Fäden. Ich hab 24 Fäden. 64 Sticks hab ich mir gebaut, damit ich mal ein paar Sticks auf Vorrat hab, aber ich hab keine Kohle mehr. Das ist echt ein bisschen scheiße. Theoretisch können wir die alle auf Level 1 craften und auf Level 2 schon machen. Ich hab 7 Level. Für jeden Bogen brauchen wir 2 und zusammen brauchen wir 4, das kostet 6 insgesamt. Wenn das so schnell ausrechnen lässt. Tobi ist komplett baff. Tobi sagt ja, der hat nicht so viel Meintraubt Wissen habe. Ne, dachte nicht, er dachte das nur von Mainz Rennen. Ah, ich krieg hier gleich noch ein Palais. Das ist, wenn man sich Meintraubts Bett anguckt. Da kommt nur 2 Zauberungen und Ambus vor, ey. Da machen die Bischofen das 3 und so nen Kack, ey. Ey, ihr müsst mal hier mal eure Sachen hier lernen, ja. Eure Öfen. Ich nehm das mal raus. Oh ja, das gibt ja auch Erfahrung.